Heute geht es zur Erstsemestereinführung am 1. Oktober und ich nehme euch mit. Yo, what up VLOG Family! Ich erzähle euch mal so ein bisschen was wir jetzt gemacht haben und auch so ein bisschen meinen Eindruck gebe ich euch mal mit. Also was hatten wir jetzt alles gemacht? Die erste Woche war nur Einführungsveranstaltungen, alles wurde uns gezeigt, also sämtliche studentische Vereine, die ganze Hochschule, der Campus, also wir haben wirklich jetzt mal einen guten Grundstock mal von allen Dingen gesehen. Ansonsten hatten wir noch jetzt eine Woche richtig Vorlesungen, da haben sie jetzt natürlich auch erstmal die ganzen Professoren und so weiter vorgestellt. Man ist jetzt noch nicht zu tief in die Materie eingetaucht, aber auf jeden Fall hatten wir schon wirklich Vorlesungen, was auch auf jeden Fall spannend war und was auch Spaß gemacht hat, kann ich sagen. Jetzt mal so ein bisschen zu meinem Eindruck, also was ich euch auf jeden Fall sagen kann, die Hochschule ist in Konstanz und das ist eine traumhafte Location, also wirklich richtig nice, kann ich nur empfehlen, da hinzugehen. Was ich jetzt persönlich auch noch sagen muss, ich bin da reingestartet und ich bin ganz ehrlich, ich hatte auch einiges an Sorgen, Ängste, kann ich so sagen. Also gerade war ja irgendwie neue Leute, neue Professoren, es ist ja grundsätzlich alles neu. Ich kann euch nur sagen, lasst euch davon nicht erschlagen, es ist auf jeden Fall machbar. Ihr werdet super an die Hand genommen, die Hochschule Konstanz ist super organisiert jetzt, was ich so mitbekommen habe. Hat auch einen guten Ruf, also ihr seid da auf jeden Fall gut aufgehoben. Was kann ich noch sagen zu meinem Eindruck, der Spaß kam nicht zu kurz, also ihr könnt auch auf jeden Fall euch engagieren, sag ich mal. Es ist natürlich krass, wie viele Angebote ihr habt neben dem Studium noch Sachen zu machen, also das fand ich persönlich ziemlich heftig, aber auch sehr geil, weil könnt ihr einfach mega viel machen, ist richtig cool. Um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, die ersten zwei Wochen sind Vorstellungen und auch, sag ich mal, der Anfang der Vorlesung, aber ihr geht auch schon ein bisschen in die Materie rein. Also jetzt nicht denken, dass es so ein ganz langsamer Start ist. Dann, was noch wichtig ist für euch, ich kann euch die Angst nehmen, es ist alles gut machbar, ihr werdet an die Hand genommen. Die neuen Leute, die ganzen Ängste, die man im Vorhinein hat, die fallen wirklich innerhalb der zwei Wochen richtig ab. Also, das kann ich euch noch mitgeben. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Konstanz ist eine supergeile Stadt. Der Bodensee, der Seerein, Heroseepark, das sind alles traumhafte Locations. Damit ihr das wirklich auch noch sehen könnt, zeige ich euch noch ein paar Clips davon. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr weiterhin aktiv seid auf YouTube, Instagram, Facebook, ihr wisst Bescheid. Die ganzen Socials einfach abchecken. Bis dahin, euer Dani. Bis dahin, ich würde mich noch ein paar Mal sehen. Bis dahin, ich würde mich noch ein paar Mal sehen.